Bevor es mit dem Video losgeht, werde ich einmal Emily Wolter grüßen, dann Yaya Yaya Yara und noch Merdo Gaming. Und jetzt geht es schon mit dem Video los. Viel Spaß! Guten Morgen! Wo ist du, Gassi? Ich ziehe mich schnell an. Komm, wir gehen schnell in den Garten. Ich putze das dann auch schnell wieder weg. Gut, dann kann ich das wegmachen. So, gut. Komm, jetzt können wir nochmal reingehen. Guten Morgen, Mama! Guten Morgen, Mama! Wir ziehen uns an, Mama. Okay, ist gut. Schmeiß das mal schnell weg. Hm, was sollen wir heute anziehen, Mama? Ist mir egal, euch muss es gefallen. Sollen wir heute das anziehen? Ja, ich ziehe das an. Dann ziehe ich das an. Gut. Fertig? Mhm. Dann essen wir jetzt was. Okay, müssen wir hinkommen oder liefert sie uns? Das weiß ich eben nicht. Muss ich... Vielleicht warten wir noch. Vielleicht kommt ja jemand. Warum muss ich denen aber eigentlich das Essen bringen? Können sie das nicht selber abholen? Äh, wo kommt der denn jetzt? Weiß ich nicht. Wir spielen, okay? Okay, ich bin die Mama. Hallo? Essenlieferung, beziehungsweise Frühstück. Lasst euch merken. Guten Appetit. Wann? Egal. Kinder, Essen ist da. Lecker! Was gibt's? Äh, zweimal Käsetoast und ein Apfel. Egal. Die zwei Käsepüle ist... Und die Milch ist, glaube ich, für euch. Yay, lecker! Und das ist dann so für mich. Ach, dich hätte ich fast vergessen. Ja. Dann probier ich mal. Mh, der Tisch märkt lecker. Ja. 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 Mh, lecker! Warum kann ich eigentlich nicht sitzen? Jetzt. Mh! So. Fertig, Mama! Okay, gut. Jetzt nochmals. Und ich glaube, das holt auch jemand ab. Ich bin mir nicht sicher. Muss ich. Das hat meine Mutter auch immer gemacht. Ach, ich nehme mich schnell mal mit. Heute ist mein Masken. Ich muss die Kleine neu kaufen. Ich muss die Kleine neu kaufen. Ding, 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 ding. Und gut. So, du gehst jetzt ins Bett, ich schaukle, ich schaukle, dein Ball, Mama, was machen wir eigentlich heute noch? Ich hätte gedacht, wir laufen ein bisschen in den Wald, erkunden ein bisschen, wir waren hier ja noch nicht so richtig. Nee, da hast du recht, wir waren hier noch nicht so richtig. Okay, dann, das ist auch perfekt für Rufi, weil der muss eh wieder mit. Ich hole noch schnell Tüten und dann können wir los. So, ich hätte noch ein bisschen Essen und Trinken mitgenommen. Kommt ihr Kinder? Wir kommen, Mama. Wui! Wuff, wuff, wuff! Wuff, wuff, wuff! Wuff, wuff! Wuffi! Sachse! Wir gehen jetzt weiter, der Hund, der kleine Scheiße da ist. Sehr gefährlich von unserem kleinen Hündchen. Hä? So. Mama, können wir Fahrrad fahren? Könnt ihr das überhaupt? Nee, du hast uns das noch nie beigebracht. Wir können es ja jetzt mal bringen. Waaah, ich kippe! Okay. Wuffi, stellst du jetzt hier in die Tasche. Ich passe auf ihn auf, ich möchte das nämlich nicht. Ich will nämlich heute keinen blauen Fleck haben. Okay. Tut's weh? Nee. So, ich heb dich jetzt hier. Und jetzt musst du mit den Füßen einmal nach vorne. Also immer treten, 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 treten. Okay? Ich halte dich hinten. Waaah, ich kann Fahrrad fahren! Nein, noch nicht ganz. So, und jetzt wieder umdrehen. Wuuuui. Darf ich mal alleine versuch? Waaau! Ja, wenn du weißt, kannst du es alleine versuchen. Okay. Kannst du mich anschupfen? Ja. Los! Yay, das mach ich schon richtig gut! Ja, das machst du wirklich gut. Ich bin nur am überlegen, ob wir Fahrräder kaufen. Mh, mh. Nee, mh, 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 mh. Was ist denn? Du kannst es ja mal versuchen. Mh, mh, mh. Okay. 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 Na, 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 na. Kinder, hier müsst ihr superbalancieren. Okay. Geschafft. Komm, jetzt noch was tun. Lass Wuffi vor. Ich komme. Gut. Können wir klettern? Oh, das ist meine Brüder. Stange. Ja, klar. Aber tut es bitte nicht weh. Wuffi ist schon oben. Ich bin auch oben. Okay. Ich bin auch oben. Mama, kannst du Brüder machen? Äh, ich habe nichts dabei. Och Mann, immer wenn wir es brauchen, hast du nichts dabei. Und wenn wir unnötige Sachen machen, hast du immer alles dabei. Hach. Ich lasse mich hier hin. Ich bin auch schon. Kinder, wollen wir eine kleine Pause machen? Ja. Okay. Hier. Wer will Plätzchen? Ich. Also Kekse. Ich. Dann nehme ich das. Und ich lasse mich hier. Das ist so. Okay.